Musik Mich macht es glücklich, wenn meine Freundinnen kommen und dann tun wir spielen und alles. Mich macht es glücklich, wenn ich mal mit meiner Familie zu Sonntag esse, weil da sind alle daheim. Mich macht es glücklich, wenn ich Sachen kriege, was ich mag oder wenn meine Eltern wohin fahren, wo ich hin mag. Also mich macht es glücklich, wenn ich mit meiner Familie einen Ausflug mache oder wenn ich einfach bei Freunden bin oder mit meiner Schwester spielen kann. Mich hat besonders glücklich gemacht, dass mein Bruder immer noch gesund ist, weil er ist behindert und er hat eine schwere Herzoperation gehabt und es ihm halt gut geht. Mich macht es glücklich, dass ich eine Familie habe, dass ich Schwester und Brüder habe. Manchmal denke ich, ohne sie wäre ich alleine und hätte niemanden zum Spielen und dass ich richtige, gute Freunde habe. Ja, bei mir sind auch das Wichtigste die Familie und die Freunde, dass sie immer bei mir sind und dass wir halt nicht streiten und so. Mehr wenn man einfach alle zusammen sind und irgendwas Lustiges machen.